So zusammen, wir machen einen Silver Crest Bluetooth Lautsprecher, wunderbar, hier mobiles Laden über Micro USB Ladeanschluss, dann haben wir hier 19 Stunden 13,5 mm USB 3 Jahre Garantie und hier Bluetooth Lautsprecher, integrierte Akku bis zu 19 Stunden Hier, das haben wir alles, und dann haben wir hier 1x3 Watt RMS, hier, das haben wir alles, und jetzt machen wir das Unboxing, Unboxing, jetzt schneiden wir hier auf, yeah, jetzt geht's los, was ist da drin, was ist da drin, ok, Ohhhh, hier haben wir, ohhhh, die Box, die sieht geil aus, hier Spaß, Bassreflex, hier haben wir Bluetooth, Minus Lautstärke, das ist das, und das ist Box, ein Stereo verbinden, dann haben wir hier Aux, wunderbar, die Box ist geil, Dann haben wir hier, dann haben wir hier, ein Manuel, ein Manual, dann haben wir hier, schnell, irgendwie so eine Anleitung, dann haben wir ein Mini-USW-Ladekabel, dann haben wir ein Audio-Kabel, yeah! Ja!